Am kommenden Mittwoch krönt EA SportsM-Team der Woche wieder die besten Akteure aus Europas Top-Ligen und beschert den Spielern des FIFA-Alternet-Team-Modus wieder neue und stärkere Karten für die nominierten Stars. Im FIFA-Sredd des Online-Forums Reddit wagen sich einige erneut an eine Prognose für die Auswahl, die am Mittwoch präsentiert werden könnte. Für den Posten auf der Torhüter-Position kommt nach dem abgelaufenen Wochenende eigentlich nur eine Personalie in Frage, Kepa Arise Belager. Der 80 Millionen Euro teure Schlussmann des FC Chelsea erlebte noch am vergangenen Mittwoch den 2-0-Sieg der Blues über Tottenham Hotspur auf der Bank, nachdem er sich im Liage Cup-Finale gegen Manchester City weigerte, sich kurz vor dem Elfmeterschießen auswechseln zu lassen. Doch sein Leistung beim gestrigen Sieg gegen den FC Fulham ließ kaum Zweifel darüber aufkommen, wer mittelfristig die Nummer 1 an der Stamford Bridge sein wird. Kepa hielt hervorragend, und wird daher vermutlich im neuen Team der Woche zu finden sein. In der Abwehr finden sich mit Lukas Klostermann, RB Leipzig, und trennt Alexander Arnold, FC Liverpool, zwei Rechtsverteidiger wieder. Während Klostermann den Siegtreffer der Leipziger im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg erzielte, lieferte Alexander Arnold unter der Woche drei Torvorlagen beim 5-0 über den FC Watford, ehe er auch über 90 Minuten im Merseyside der Begegen den FC Erwetten eine gute Leistung ablieferte. Komplettieren könnte die Defensive Guillaume Maripan, Deportivo Alaves. Mit Schwinnem El Clasico, wird Rakitic mit einer Nominierung für das Tote V belohnt? Neben Ivan Rakitic, der im jüngsten Clasico das Siegtor für den FC Barcelona erzielte, scheint auch eine Nominierung von Steven Berkwin, Besswey Enthoven, Nabil Fekir, Olpikler, und Florian Dünner, Olpik Marseille, durchaus wahrscheinlich. Bergwien gelang gegen Excelsior Rotterdam der entscheidende Doppelpakt zum 2-0, Fekir steuerte unter anderem ein Tor beim 5-1 über den FC Toulouse-Bauton, der mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wird, war beim 2-0 über St. Etienne mit einem Treffer und einem Assister-Match-Finder der Partie. Auch Lewandowski könnte für seine starke Vorstellung am Wochenende belohnt werden. Der Angriff könnte mit Kylian Mappé, Paris-Estee, Jemme, Romelu Lukaku, Manchester United, und Robert Lewandowski, FC Bayern München, drei Hochkaräte aufbieten. Letzterer erzielte beim jüngsten Auswärtssieg gegen Borussia Mönchengladbach, 5-1, einen Doppelpack, blühte im Zusammenspiel mit Thomas Müller und Serge Niabry immer wieder auf und lieferte eine ebenso starke Vorstellung wie Mappé und Lukaku, die bei ihrem jüngsten Einsatz ebenfalls doppelt trafen. Auf der Bank wird sich vermutlich mit Alvaro Morata, Atletico Madrid, ein weiterer Doppelpacker wiederfinden. Weitere Kandidaten für einen Platz auf der Ersatzbank sind Osan Kabak, VfB Stuttgart, Charles Aranguiz, Bayer Leverkusen, Henrik Mechitarian, Arsenal London, Emre Can Juventus Turin, und Robin van Bessy, Final Trotterdam. Untertitelung des ZDF, 2020